Richtig gutes Zeug Krass Echt jung, gefällt mir gut Richtig gut Fand ich wirklich gut Richtig gutes Zeug Hat mir wirklich gut gefallen Richtig gut, ja Hagebuttentheben, HDJ Quali gut, ja Brauner Bär Richtig gutes Zeug Caddy Matrix, geiler Filmer Hat mir wirklich gut gefallen Ja, gut, gut, gut CBD Tropfen, boah, geil Nee, war wirklich gut Hat mir wirklich gut gefallen Katalog von Pearl Hab ich durchgeblättert Kennt ihr den? Richtig gut Gen und Genelle, ja Richtig gutes Zeug Hab ich mal ausprobiert Richtig gut, richtig gut Und weißt du auch, was richtig gut ist? Richtig gut ist Gebrannte Mandeln, wenn man mal ne Ente macht Richtig gutes Zeug, richtig Mega schwer zu kriegen Wirklich schwer zu kriegen Richtig gutes Zeug, richtig Musst du mal ausprobieren Rausprobieren Richtig gutes Zeug, richtig gut Scheint ganz gut zu sein Da musst du richtig lange suchen für Richtig lange recherchieren Hat er richtig gut drauf Das kriegst du nirgendwo sonst Boah, krass Blöder Stass Frag ihn doch mal, ob er da rankommt Riecht ein bisschen komisch, aber schmeckt gut Die gibt's ja gar nicht mehr Nee, sowas kriegst du nicht 12,99 Euro, aber richtig gut Richtig gutes Zeug, ja 12,99 Euro, aber richtig gutes Zeug Richtig gutes Zeug, find ich gut, ja Hätt ich Bock auf sowas jetzt KDV unten im Keller Ja, hätt ich echt Bock drauf Wirklich Junge Ist schon echt was ganz besonderes Fehlercuti, da ist auch richtig was los Ja, musst du mal ausprobieren Echt Junge, mega schwer zu kriegen Nee, wirklich scheint ganz gut zu sein Hat er nicht mehr viel von Richtig gutes Zeug, mega Er macht immer geile Sachen, ja Ist ein bisschen ab vom Schuss, aber lohnt sich Richtig gut, gut, richtig gutes Zeug, ja Seht ihr das auch? Könnt ihr das auch sehen? Richtig gutes Zeug, ich krieg die Tür nie mehr zu Gut Echt 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 Echt